Wir haben heute dieses Paket zu eröffnen. So spät schon. Ich wollte auch noch in den Wald gehen. Hallo? Leitzentrale? Was brennt? Sonntagnachmittag, kurz nach drei. Dies ist keine Übung. Okay, Leute. Ein spannendes Paket. Ja? Okay. Da ist was megatolles drin. Ich habe auch extra schon die Adresse weggemacht, weil ich bin ja nicht blöd. Das passiert immer, wenn... Man hat ja zwei Gehirnzellen. Und wenn man dann die eine Gehirnzelle benutzt... ... Bis zum nächsten Mal.